Wir zählen jetzt runter. Drei. Zwei. Eins. Go. Okay. Okay. Pepper war am Start. Hatschi. Okay. Erste Ziehung war Pepper drin. Was kommt die nächste? Drei. Zwei. Eins. Go. Da ist schon eine SSR. Eine SSR drin. Oh mein Gott. Es wird spannend. Das wird spannend. Oh mein Gott. Ist schon... Wir sind bei... Wir sind bei... Sech die Ziehungen. Ja. Ich hab Prick bekommen. Ja. Ich hab Prick bekommen. Ich hab... What the hell? Prick. Und dann fangen wir an, Leute. Auf geht's. Gehen wir rein. Spannung pur. Drei. Zwei. Eins. Go. Wenn ich noch einen Prick bekomme. Oh mein Scheiß. Ohne Scheiß. Da würde ich mich jetzt richtig freuen. Stell dir vor, jetzt kommt noch eine. Nee, doch nicht. Das wäre ja was. Beiligen hab ich bekommen. So. Meinst du, das lohnt sich, jetzt noch auf Blumos anzufangen? Natürlich. Immer. Wenn du hier zu uns in die Crew gehören willst. Natürlich. Immer. Wenn du aktiv dabei sein willst. Immer. Weil wir da sind. Aktiv da sind. So. Dann. Unterzähl. Drei. Zwei. Eins. Das ist die letzte. Ich glaub, das ziehen wir jetzt nochmal. Ich hoffe es. Oh, komm schon. Bitte, bitte. Macht uns sowieso spannend. Alter, ich hab gerade den Herzschlauchklopfen gekriegt. Oh, mein Gott. Oh, das ist schon spannend. Oh, komm schon, komm schon. Oh, komm schon. Willkommen.